Hallo liebe Busch-Kraftfreunde! Heute möchte ich gerne die Verlosung meiner 500-Abonnenten-MT-Leiter-Challenge vornehmen. Dazu hatte ich gestern die Idee, die Gewinner per Axtwurf zu ermitteln. Diese Gelegenheit möchte ich dann auch gleich nutzen, um euch eine klitzekleine Einführung ins Axtwerfen zu geben. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich sei ein Axtwurf-Profi, das ist weit gefehlt, aber ich habe das schon 5-6 Mal ausprobiert und ich hatte sehr viel Spaß dabei. Allerdings habe ich damals mit zweischneidigen Wurfexten geschossen, die stecken halt sehr viel leichter als so ein normales Bein. Eine einschneidige Axt, aber mit ein bisschen Technik und Übung funktioniert Axtwerfen auch wunderbar mit solchen Axten. Bevor ich mit dem Axtwerfen anfange, möchte ich mich aber noch bei euch ganz herzlich bedanken für die rege Teilnahme an meiner Challenge. Ich habe unglaubliche 46 Video-Antworten erhalten und das hat mich einfach riesig gefreut. Diese Videos, die waren wirklich super spannend und die unglaublichsten Varianten, wie man mit einem leeren Feuerzeug ein Feuer entfachen kann. Also das wäre eigentlich schon ein Buch wert. So, ich möchte euch nun noch schnell zeigen, auf was ihr beim Axtwerfen achten müsst. Wichtig ist grundsätzlich, dass ihr die richtige Distanz zum Ziel habt. Bei mir ist es so, dass wenn ich mit einer Umdrehung schieße, dann habe ich eine Distanz von circa drei Meter. Wenn ich mit zwei Umdrehungen schieße, dann benötige ich eine Distanz von circa sechs Meter. Ob diese drei und sechs Meter, das ist nur bei mir so. Wenn ihr mit mehr Drall oder mit mehr Kraft werft, das können das völlig andere Distanzen sein. Euch bleibt also nichts anderes übrig, als eure perfekte Distanz selber zu ermitteln. Das macht ihr folgendermaßen. Wenn ihr werft und das Beil trifft so ein, dann hat das Beil leicht überdreht. Das heißt, der Weg war etwas zu lang. Ihr müsst den Weg verkürzen, damit die Axt etwas weniger Drehung macht und so einschlägt. Wenn ihr die Axt werft und sie trifft so auf, dann konnte die Axt die Drehung nicht fertig machen, damit sie so einschlagen kann. Also müsst ihr den Weg noch etwas verlängern. Es gibt nur diese beiden Varianten zur Korrektur, wenn die Axt nicht schon im Baum steckt. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr immer mit derselben Kraft und derselben Rotation wirft. Sonst bekommt ihr jedes Mal ein anderes Resultat. Wenn ihr im Anschluss an dieses Video dann rausgeht, um Axtwerfen zu üben, dann packt um Gottes Willen nicht eure 100 Euro teure Grand Force Brooks Axt aus, sondern nehmt irgendwelche, das sind glaube ich 600 Gramm Baumarkt Äxte für 8 Euro oder so. Denn es kann auch schnell mal passieren, dass wenn ihr mit mehreren Äxten werft, dass eine Axt die andere trifft oder dass man den Stiel trifft. Und das gibt dann schon mal gröbere Scharten, auch wenn man den Baum verfehlt und die Axt fliegt in einen Stein. Also bitte nehmt eure günstigen Äxte hervor und nicht die teuren. Ich zeige euch nun meinen kleinen Übungsplatz. Das sieht so aus. Hier habe ich mir ein kleines Gestellböcke gebaut für die Äxte. Hier habe ich die Distanz markiert. Und auf diesen Baum, der jetzt ziemlich genau 6 Meter entfernt ist. Dieser Baum ist mein Ziel. Ich werde nun versuchen, die optimale Distanz für diese Äxte zu ermitteln. Ich werde es eigentlich nur mit einem Peutlichen Einblick auf dem Baum dialen und immer so, aber noch nicht für den Baum kamen. Ruf Stanz, wenn es jetzt so gut es für den Baum ist, die verdaderobe canse ich Ihnen. Ich gebe weiter. Ich bin so, dass ich hier bin. Ich werde ihn mit einem Knobelstern anschauen. Ich werde ihnen vergrößern. Ich werde jetzt übernommen. Ich werde mich übernommen. Ich werde es mit einem Metallstein-Dekinder mit bei meiner Hubung. Die erste Axt hat kläglich verfehlt, aber die anderen beiden sind gesteckt und das sah ziemlich gut aus. Ich versuche es nochmal. So, ich habe nun mal eine Jacke ausgezogen, damit das Schiessen etwas besser geht. So, es sind nur zwei Axte Stück geblieben. Jetzt werden wir schauen. Dann ist die Distanz eigentlich ziemlich optimal, weil es ist irgendwo die Mitte zwischen so und so, etwa so, das ist gar nicht so schlecht. Okay, ich habe nun alle Teilnehmer, respektive die Lose der Teilnehmer an den Baum gepinnt. Das sieht so aus. Und jetzt werde ich die Axte so lange werfen, bis alle drei Axte stecken. So. 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 also hier haben wir einen gewinner hier haben wir einen eindeutigen gewinner und hier haben wir einen eindeutigen gewinner okay das ist das ist billy joe dinay von den usa super gratuliere das ist helbro das ist jurei ich glaube der ist aus bulgarien und hier gewinnt der orifil der christian super ok bitte schickt mir eine private nachricht mit eurer adresse und dann werde ich mit euch kontakt aufnehmen herzlichen dank dass ihr dabei war es hat mir viel spass gemacht und bis zum nächsten mal so Untertitelung des ZDF, 2020